Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ins Kino geht und euch Iron Sky The Coming Rays anschaut. Ich kann euch versprechen, es wird ein ganz abgefahrenes Spektakel und es basiert auf der größten Verschwörungstheorie der Welt und zwar, dass Aliens die wichtigsten Positionen in unserer Gesellschaft infiltriert haben und die Menschheit versklavt haben und ja, es ist eine Liebesgeschichte dabei, es ist Abenteuer dabei, es ist Drama dabei und ja, Spaceships. Bis zum nächsten Mal.